willkommen meine kleinen freunde zu einer weiteren folge von ori in the world of the wasps und in der letzten folge haben die mitternachtshüllen durchgecheckt und haben noch mal dem moki hier seinen faden da in der hand gedrückt ich würde gern noch ein paar spots erkunden bevor wir mit der hauptquest weitermachen deswegen checken wir das mal eben kurz ab geht ja eigentlich relativ zügig hoffe ich so wir haben einmal ich habe es gewusst okay da kommen wir nicht hin dann einmal zu dem gerd ich hoffe aber wenn der da ja schon zu sehen ist bezweifle ich dass wir da dran kommen weil es da ebenfalls so eine barriere gibt wahrscheinlich nicht unbedingt also hier gibt es eine barriere aber ich komme von der anderen seite und wetten dass es auch wieder irgendwas mit ja habe ich so gewusst okay ich gebe ja auch so wir können es gerade nicht teleportieren das können wir nicht aber was wir können das geht glaube ich auch nicht das auch nicht zum beispiel checken wir mal ab ab checken so noch einmal runter ach so kommen wir also ran ich sag doch irgendwo muss dieser schalter sein perfekt sehr schön geht es ja nicht weiter so aus gut dann hätten wir das auch geklärt haben wir auch schon alles da könnten wir noch hin hier da waren wir noch nicht ich wünschte es gäbe noch mehr teleporter spots oh Ah, er hat mich noch getroffen. Meine Ratte, du. Hier haben wir doch damals gegen Hull gekämpft. Hier war das doch. Boah, das war gar kein richtiger Kampf. Wir hätten eigentlich uns noch richtig boxen müssen, aber er wurde ja dann versteinert. So. Wir sind fast da. Ja, ich verstehe schon. Oh. Nice. Geil. Wirkt einfach noch eine Zelle größer. So. Das hätten wir auch. Das war ja klar. Das war auch klar. Das war auch klar. Das auch. Das ist grau. Oder ist das... Nee, doch nicht. Ich glaube... Nee, 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 nee. Hm. Waren wir überall schon. Hier waren wir noch nicht. Da oben. Okay. Dann gehen wir doch mal kurz hin. Ah. Wetter. 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 Was? Oh, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Die folgen mir aber auch, ne? Die, äh... Dings. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Ich mach das schon gar nicht mehr, weil da gibt's ja nur Geisterlichter. Hoffen haben wir jetzt erstmal noch genug. Okay. Haben wir zumindest... Wissen wir zumindest, was Sache ist. Guck hier nochmal. Jetzt haben wir auch erkundet. Ja, aber auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was zu gucken. Machen wir das mal eben. So, erstmal hier hoch. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Oh, ich hätt's wissen müssen. Okay. Aber nicht schlimm. Das war gut. Das war sehr gut. Ne, hier bin ich. Falsch. So. Im oberen Bereich. Ich wusste es. Ein Gorleck Erz. Hm, wie kommen wir da hoch? Ach ja, stimmt. Ein Gorleck Erz. Doe,undra. trotzdem ist das relativ wenig ob wir wirklich alle 16 finden was kann ich mich wieder hier ab ihm dann der in der in der in der in der in der in Gehen wir jetzt mal runter. Oh, okay. Aha, hier? Wo komme ich denn da hin? Wo komme ich denn da hin? Gehen wir jetzt mal nach links. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Da kommen wir auch nicht hin. Dann aber hier. Ja, sorry Leute, wenn das jetzt ein bisschen dauert. Aber wir werden mal die Spots hier alle erkunden, bevor wir weitermachen. Ah. Okay. Auch versperrt. Ruhig, mein Junge, ruhig. So. Mehr nicht. Schlecht. Soll ich da hochkommen? Soll ich da hochkommen? Oh, komm schon. Jetzt hier keine Zeit verschwinden wegen dem Müll hier. Ah, okay. Es ist zumindest nicht mehr grau. Nee, dann brauche ich es auch nicht mehr sammeln. Es war mir nämlich wichtig, damit ich nicht irritiert bin. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der Hauptquest. Wir haben auch schon so gut wie alles gesammelt. Hm, jetzt müssen wir... Oh Gott, ey. Ich will da gar nicht hin. Ich will da gar nicht hin, Leute. Ich will da gar nicht hin, Leute. Ich will da gar nicht hin. Na das ist es so wieder." Also hier, dann da gar nicht noch mal wasまず der Gegenteil von Osten. Ich würde gut mich einmal wo ב� europäisch vert freut gekommen Monday. Klar bist du dann gewöhntuito. Obwohl die Zun. Dann aber ich endeましょう. Die Zun. Vierer muss mich herausfragen. Ich weiß, ob wir sie zwei Personen irgendwie... was war das er war zur richter weitergegen geh ich jetzt mal hier runter ach, die ist drecksvieh ok oh mein neuer Geister schreien äh, Prüfungsschreien so wie man immer nennt ok, dann lass mal knacken Kampfschreien, ganz genau oh, was mach ich denn oh, Alter geht drecksviecher Ah. Ja, nix dann weiter. Ach, die Viecher. Warte, das klären wir jetzt auch. Oh, warte, warte, warte. Ah, ey. Sehr schön. Jetzt kommen sie alle auf einmal, ne? Oh, ja, Kasha. Was, ich kann noch einen anlegen. Ich dachte, das wäre schon nice. Was legen wir an? Lichtbruch. Spalt ein Lichtstrahl in drei kleinere Strahle auf. Nö. Besser Schwall. Beste Lichtverleihe von Bono Schaden. Zumal, ne? Äh, Kopfgeld. Ne. Alterenergie? Ne. Ich brauche Gesundheit, um Zauber zu wirken. Nein, auch nicht. Schnellschuss. Kesselbogen schießt 25 Mal schneller. Nutze ich nie. Bisschen mit Kesselbogen, wenn ein Deutschschuss. Ne. Ultrawurfer. Hacke dich pro Sprung an einen Feind fest. Hm. Da nehme ich tatsächlich das hier. Lügelstutzen. Oder... Ne. Äh, Geisterschwall, ne? Ach, egal. So, egal. Äh, so. Äh. Ach, ach, ach. Ich weiß, wir gehen das mal weiter. Um. Um. Zoh. Futterstelle Oh mein Gott, ey Die ganzen Knochen hier Und so Da ist das Dreckzvieh Er schleicht Oh mein Gott, nein Chill mal, Alter, chill mal Ach du Scheiße Wie soll ich das denn jetzt machen? Er kriegt mich doch safe Wohin hätte ich denn gemusst? Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss Wie soll das gehen? Was soll? Oh mein Gott Oh mein Gott Bitte lass mich in Ruhe Nein Ich hab's doch geschafft Was ist das denn für eine Verarsche? Was ist das denn? So So Ab hier hab ich keine Ahnung Was ich machen soll Ja 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 Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Wir haben's geschafft Und so in der nächste Folge wieder Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ja Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft